Hallo, wie ist Disney Opa? Ich stehe hier an der Plaza vor dem Encorium Shop und ich wollte euch mal kurz die Fenster zeigen vom Shop hier selber und zwar ist hier ein Deko Fenster, was ich euch nicht vorenthalten wollte. Jetzt haben wir auch schon mal was anderes gesehen, eine T-Tabelle, das blende ich hier so ein bisschen rein, dann zeigen wir euch gleich noch weitere Fenster dazu, machen wir hier einmal weiter, eine Tür vorbei, dann heben wir hier das Fenster von Frozen. Dann haben wir hier das Kleid, schaut mal her, hier sind auch die Spieluhren dabei, ja die Spieluhren, Dekofiguren und auch die Schuhe. Hier nochmal ein bisschen, das ist auch ein übliches Teil hier, dem Bett sogar, gut und die Preise zeige ich euch nochmal dazu. So, einmal das, jawohl, ich zeige euch nochmal das Fenster hier, einmal das, dann gehen wir nochmal ein Fenster weiter. So, dann haben wir hier natürlich die Königin in ihrem Kleid, ja und passen dazu natürlich die 25 Jahre Geburtstags, 25 Jahre Geburtstags-Outfit hier, sag ich mal, von den Schaufenstern, sehen die alle sehr relativ ähnlich aus. So, dann preis ist das hier jetzt nicht drin, so, und wir gehen nochmal mit dem Einfenster weiter. So, ich verscheuche hier gerade die Leute, schon Fenster, die hier vor sitzen, wollte ich dann da kurz noch das Wieses gleich hier zeigen. So, schön, und hier noch ein paar Artikel, ich habe aber auch eine Federtasche dabei. Das Fenster ist ein bisschen schmutzig, das ist der einzige Nachteil hier. Und die Barbie-Programm, so, hier haben wir jetzt auch nochmal eine Preistesse dabei. So, dann schaut mal hier. So, könnt ihr alles sehen, die Ruhebenorme 69,99. Alles klar, okay, das war dann das Schaufenster, oder gut für die drei Schaufenster. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, vielleicht für euer Interesse, und ja, abonniert auch meinen Kanal, ne. Bis dann, tschüss, heute ist ihr bei. Tschüss, heute ist ihr bei. Bis zum nächsten Mal.